Hallo liebe Freunde von Erfolgreich Auftreten, die Macht der Sprache. Heute sitze ich bei unter 0 Grad im Studio, daher auch Lederjacke statt Sakko und ihr könnt meine Worte sehen statt nur hören. Was euer Eiskratzverhalten im Winter zu tun hat mit eurer Rücksicht im Leben, darum geht es heute. Momentan haben wir in Deutschland einen richtig schönen Winter, also ich hoffe auch für euch ist das schön. Manche sind dann natürlich ganz schön auf die Nase, aufs Steißbein, auf die Schulter oder auf den Kopf geflogen, gute Besserung all denen, aber wer Winter mag, kann das Wetter genießen. Man kann schöne Winterspaziergänge machen, es knarzt richtig, es ist glatt, man kann ein bisschen rumglitschen, man kann teilweise Schlittschuh laufen und es kann auch mal lustig sein, dass einfach alles ein bisschen anders läuft als sonst. Was in jedem Fall aber dazugehört, ist für alle, die keine Standheizung im Auto haben oder keine beheizte Garage, Auto kratzen. Das heißt, die Scheiben frei kratzen morgens und da erkennt man auch schon verschiedene Typen. Und die Sprache des Lebens ist dabei einfach das Hintergrundthema, denn das Leben verrät mit seiner eigenen Sprache, uns allen Tag und Nacht etwas über das, was um uns herum geschieht, wie andere Menschen sind, wie andere Menschen sich verhalten, was sie denken, woran sie denken und dasselbe gilt auch für uns. Dasselbe gilt auch für das Thema Eiskratzen. Da gibt es die verschiedenen Typen. Da kommen zum Beispiel welche morgens dann raus, vor das Haus, zack, 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 ganz bisschen auf der Fahrerseite, wird freigekratzt, dann rein ins Auto und losfahren. Dass von rechts vielleicht die Omi kommt oder von links das Kind davor läuft, naja, das kann man einmal übersehen, aber das kann man einem ja nicht zumuten, so lange morgens da erstmal alle Scheiben freizukratzen. Nein. Klar, da steckt meine Kritik schon drin und da habe ich auch eine ganz eindeutige Meinung dazu. Wenn jetzt jemand vors Haus geht und rundum erstmal sein Auto freikratzt, dann zeigt er damit, okay, mir ist zwar arschkalt, aber es ist mir wichtig, dass ich alles, was um mich herum passiert, sehe. Dahinter kann natürlich ein Interesse stecken. Dahinter kann auch stecken, dass er sagt, versicherungsrechtlich kann mir keiner was. Es kann aber auch dahinter stecken, dass einer sagt, man, ich will doch jedes Risiko, das ich nur ausschließen kann, ausschließen, wenn es einfach nur darum geht, die Scheiben freizukratzen, dass ich jetzt keinen Menschen oder kein Tier überfahre oder keinen Unfall baue oder vielleicht zu weit über die Mitte fahre, weil ich was nicht richtig erkenne und dadurch andere vielleicht von der Straße abdränge oder was dort auch passiert. So ähnlich ist es auch winterunabhängig beim Thema Rückspiegel zum Schminken benutzen. Im Allgemeinen sind es Frauen, das können natürlich auch Männer sein, die mal gucken, oh, was ist da eigentlich, sich den Spiegel so zurechtdrehen, dass man hinter ihnen genau erkennen kann, okay, der sieht gar nichts mehr im Rückspiegel außer sich selbst. Ich habe es aber schon gehabt, dass ich 10, 11, 12 Minuten hinter jemandem hergefahren bin und dann ist der mal abgebogen oder ich muss der abbiegen, die Spur wechseln oder ich habe es nicht mehr ausgehalten, hinter so einem Deppen herzufahren, ohne dass jemand das überhaupt bemerkt hat. Ich meine, normal ist, dass so alle drei bis fünf Sekunden ein einigermaßen normal gebauter, psychisch Autofahrer, in den Rückspiegel guckt, um zu erfassen, was um ihn herum los ist. Das heißt, er nimmt Rücksicht, das ist das, was dahinter steckt. Er nimmt Rücksicht und kann dadurch einschätzen, was passiert. Wenn jemand jetzt gar nicht bemerkt, dass sein Rückspiegel komplett verstellt ist und er hat nur noch den Blick auf sich selbst gerichtet oder das sogar komplett vergessen, denkt gar nicht mehr an die anderen um ihn herum. Was sagt das denn über ihn und sein Verhalten im Leben aus? Dazu möchte ich mich gar nicht mehr so weit äußern. Beachtet einfach mal euer Eiskratzverhalten und das anderer Menschen oder das Thema Rückspiegel einstellen, zum Beispiel ein fremdes Auto steigen und erst nach dem Aus- und Wiedereinsteigen merken, ach, ich habe vorhin auf der halbstündigen Fahrt mir die Spiegel gar nicht eingestellt. Ist es so möglich, Rücksicht zu nehmen? Ist es so möglich, wirklich zu beobachten, was um euch herum passiert? Eigentlich kaum. Übrigens, wenn ihr im Hintergrund ein komisches Geräusch heute hört, das ist der Hund, der nicht mit ins Studio darf, denn wir sagen, für ihn ist das nun wirklich zu kalt. Meine Frau ist dabei, ich sitze hier, aber den Hund, den wollen wir nicht auch noch frieren lassen. Könnt ihr was mit dem Tipp anfangen? Habt ihr selbst Anregungen? Schreibt mal eure Erfahrungen dazu gerne in die Kommentarfelder unten. Abonniert am besten gleich den Kanal und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wieder treffen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schreibt mal. Musik Untertitelung des ZDF, 2020